Bereit? Mhm Drei, also bei eins schieße ich, ne? Drei Zwei Eins Okay Er ist bereit Und stirbt Häng Abfall 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 Machen wir noch einmal Ich hab hier gerade jemanden Da haben wir Leuchtgeschosse jetzt Schade wir keinen da Leuchtgeschosse, ja Leuchtkugel Bei drücken, ne? L2 ist die Schottkump von ihm Ich mache erstmal die Einzelschüsse, probieren wir erstmal das. Nein! Ich habe jetzt diese bestellen. Bereit? Mhm. Drei, also bei eins schieße ich, ne? Drei, zwei, eins. Okay, da war ich ein bisschen zu lange über. Er ist bereit und stürmt. In der Killcam hängen bei dir die Feuerwehr auch noch? Nö. Ich weiß nicht warum. In der Killcam waren die gerade immer noch bei mir. Nein! Brenn mich mal um! Wieso? Ja? Brenn mich mal um! Autsch! Nicht Frau Schrott! Ah doch jetzt! Gehen immer noch bei mir in die Luft rum! WTF? Daniel? Bei dir ne? Warte mal, ich kill dich jetzt mal. Mal gucken, ob sie dann bei dir in der Luft rum waren. Jetzt schon einen anderen Charakter hat oder so. Guck mal kurz! Ein Glieder? Ja, stimmt! Ist ja geil! X-Faktor, ne, Akte X. Die sehen unter uns! Immer noch! Ein Fall für Galileo Mystery! Hey, du ist ja geil! So richtig verwandt schnell! Richtig cool! Ich hab da bekommen, das spielt auch nicht klar! Ich glaub, das war uns zu viel! Weiter mit Leuchtebällchen! Jaaa! Warte, ich muss jetzt mal meinen Schrott einsammeln! So, bereit? Ja! Drei, zwei eins! Drei, zwei, eins! Es war ne Schott generation, ich kann mir nicht so gut hin und her kommen. Ist okay! Habs denn mal versucht? Ja, also, hein! Drei, zwei! Eins! Oh, mein Wahn zog schon vor lauter Aufregung! Ach okay! So, drei, zwei, eins! Das zieht doch wie ein Dennis! Danke! Danke, Daniel. Danke. Bitte schön. Ey, da kämpft dann einfach immer noch die beiden Feuer... die drei Feuerdinger. Bereit? Du musst jetzt ein bisschen mehr erzielen, ne? Ja. Drei... Äh, warte mal, bitte? Drei... Zwei... Eins... Ich hab gleich das nächste abgefeuert. Wollte aber auch so gern. Hört auf. So, steht. Oha, ich hab mich einmal getroffen. Ja, fuck. Ich hab's wohl zweimal getroffen. Aber die Kugeln, die kann man nicht öfters hin und herkommen. Die kann man nur einmal hin und herkommen, weil von dir kommen keine Kugeln mehr zurück zu mir. Ah, okay. Na, das ist dann blöd. Ja, dann lass mal das mal. So, okay. So, bereit? Mhm. Arter provozieren. Da, auf. Drei, zwei, eins. Da, auf. Hahaha. Soll ich noch eine Kugel? Ach, ne, Scheide. Ich hab versucht, auf dich zuzugehen und... Ich hab die Augen... Ich will auch... Also, dass du hier unten nach... Warte mal. Wenn du hier stehst, können wir immer lange mal auf den Zug gehen lassen. Warum stehst du vor der Tür? Hahaha. Warum? Hahaha. Ey, aber... Warum tust du das? Wir könnten... Wir könnten das aber auch, äh, drinnen machen. Bei dir im Spawn. Wenn du da stehst, genau. Wenn du da stehst, genau. Und ich geh hier, können wir immer langsam auf den Zug latschen. Ähm. Hahaha. Jo. Mhm. Drei, zwei, eins. Ich hab mich drüber in die Schalt. Ich hab mich drüber in die Schalt. Ich hab mich drüber in die Schalt. Man, die Telefanken immer noch in der Luft kommen. Hahaha. Es steht ja frei. Ich muss doch die andere Seite. Hahaha. Was seid ihr da? Lauf, Zwerg, laufen. Hahaha. Run, Zwerg, run. Mhm. Ja, warte, ich stell mich hier oben drüber, genau. So. Drei, zwei, eins. Hahahaha. 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 Je näher kommt das, desto schneller müsst ihr drücken, hä? Hahahaha. Ne, es ist immer so eine ganz kleine... Es ist so eine richtig ganz, ganz, ganz kleine Medi, die konnte zwischen Platz... Zwischen den Konten, bevor du wieder Konten drücken kannst. Also ja, klar. Weil da musst du effektiv zurückstecken und da wieder rausholen. Mhm. Okay, bereit? Mhm. Drei, zwei, eins. Uuuuh. Hahaha. So, eins eins, oder? Ich bleib jetzt hier stehen. Hahahaha. Ja, muss schon stehen bleiben. Hahaha. Also, drei, zwei, eins. Hahahaha. Also, drei, zwei, eins. Nee, ist durchgeflogen. Nee, flieg dich nicht durch. K-Streak, 5. Ist ja okay, was haben wir denn noch für einen Charakter? Oder Hanso mit seinen Pfeilen, die werden natürlich richtig umberechen bei der Pfeile. Die Streupfeile meinst du ja? Oder die normalen Pfeile reichen, glaub ich auch schon. Ich will was aus... Wir... Wir wissen was, ich will was ausprobieren. Wenn Hanso... ...seine Pfeile nach oben schießt... ...wir müssen dann abwechslend kontern. Ah ja, genau! Ihr kommt doch nach 15 Sekunden oder irgendwie so... ...aber keine voll aufgeladenen, nur ganz kurz anzupfen meinst du, ne? Nee, aber wir müssen noch von... Wir müssen da runterkommen, was wir konzern, und da muss da andere hin und konzern. Mhm, okay. Wir machen das so einfach in der Mitte hier von diesem Feld. So. 3, 2, 1. Ich sehe den Feld gar nicht. Das war ein voll aufgeladener. Nein, ich hab nur ganz gut draufgedrückt, da kam er wieder runter. Du hast ihn schräg geschossen, oder? Ich hab ihn jetzt hier eingeschlagen. Ich tu ganz nach oben ziehen. Ganz nach oben ziehen. Also ganz nach oben. Weiter geht's nicht. Okay. 3, 2, 1. Und los geht's. Er ist verschwunden im Himmel. Da kommt er! Ich hab ihn nach oben wieder. Herr Ehrlis? Ja. Wo kommt er? Wo ist er? Sicher? Ich hab auch noch probiert. Ich hab's gehört, nämlich. Ich hab nichts gehört. Nee, der kommt nicht mehr auf. Ja, schade. Okay, dann schlägt's gar nicht mehr auf. Hä? Warum geht denn das jetzt nicht mehr? Vor allem, der fliegt so schief, ne? Krei. Nehmen wir mal das. Ja. Ja, guck der. Das ist aber ein Leuchtpfeil jetzt. Und den zieht man besser. Nein, du... Warte. Warte. Der kommt, der kommt noch mal so ein... Guck mal den! Sieh zu den! Sieh zu den! Ich bin bereit. Oh, der war aber schlecht. Nein! Au! Au! Komm schon! Nein! Da ist er. Also Leuchtpfeile sind besser. Finde ich. Oder... Den Signalfall. Den R1-Pfeil dann. Schieß mal den in die Luft. Ich glaube den siebten auch gut. 3... 3... Äh... Ziele erfasst. Oh ja. Ja, den sieht man. Den sieht man übelst. Ui! Das ist hier wie ein Federball. Ui! Komm schon! Der Drache sieht euch! Ja! No! Ah fuck! Okay. Schaut mir den Augen des Drachen! Ne, der ist aufsachgefallen. Der auch. Wir müssen jetzt ein bisschen weiter... Wir brauchen eigentlich einen größeren Platz. Weil hier sind so viele Dächer. Man muss... Da fliegt halt nicht ganz gerade nach oben. Ja. Seht, was unsichtbar ist. So, bitteschön. Ja. Habe ich den einen jetzt nicht gekontert oder nur den anderen? Nein. Den zweiten halt. Ach, verdammt. Du... Aber hier, du kannst doch so ein Stück kontern. Jetzt noch eins. Nein. Das liegt doch hier! Äh, ich hab doch die Klingel gehabt! Ich hatte die Klingel gehabt! So. Halt dich mal bereit! Mhm. Drei, zwei, eins! Eins! Okay. Die Teile sind immer noch da. Was ist das?